Ich beobachtete Jan und ich sah, dass er krank war. Er hatte ein Problem. Damals trugen wir noch keine Helme, sondern Mützen. Ich war etwa 15 Fahrer hinter. Er nahm seine Mütze und ließ seine Hose herunter. Das Problem? Er hatte Durchfall. Machte in die Mütze und schmiss sie weg. Damals war der Funk gerade neu. Und damit gab ich durch, alle Mann nach vorne. Wir attackierten und fuhren das Feld auseinander.